Hallo bei Engab Your Pen. Heute möchte ich euch, ihr könnt es an meiner Stimme hören, ich bin leider immer noch etwas erkältet, aber hoffentlich könnt ihr mich gut verstehen. Heute möchte ich euch einen etwas selteneren Füllfederhalter der Marke Jinhau vorstellen, und zwar den Jinhau Y1. Den habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft und wie immer will ich euch den Füllfederhalter natürlich vorstellen. Zu Jinhau selber braucht man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir einen Schreibtest, dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Jinhau Y1 und zum Schluss ziehen wir immer ein kurzes Resümee und ich sage euch, wo ihr ihn vielleicht noch bekommen könnt, was ihr dafür zahlen müsst und ob es sich lohnt ihn zu kaufen. Dann geht es jetzt hier los bei Engab Your Pen. Das ist er, der Jinhau Y1. Der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen der üblichen Jinhau-Bezeichnungen und ich habe mir den vor einigen Jahren gekauft, habe ihn bisher ehrlich gesagt gar nicht benutzt und habe jetzt gedacht, jetzt muss man ihn mal benutzen und ich stelle ihn euch mal vor. Ich habe den über AliExpress gekauft. Ich habe ungefähr, oder ich weiß noch, dass ich 2,99$ dafür bezahlt habe, inklusive Versand. An der Stelle sei es gleich wieder gesagt, ich bekomme nichts von Jinhau, ich bekomme auch nichts von AliExpress dafür, dass ich euch hier Füllfederhalter vorstelle. Das ist sozusagen mein Privatvergnügen und das mache ich nur, um euch einen Anhalt zu geben, nach welchen Modellen man sich umschauen könnte. Ja, schauen wir uns das gutes Stück mal an. Ich finde, es ist ein hervorragend verarbeiteter Füllfederhalter. Den gibt es noch in anderen Farben, den gibt es noch in Blau, habe ich ihn gesehen. Aber ich fand hier diese Gold Champagner, so nennt sich die Farbe, oder Champagner Gold. Die fand ich sehr interessant mit dieser Gold-Silber Kombination. Das hat mir gut gefallen. Und schauen wir uns den Füllfederhalter mal genauer an. Dann sieht man hier aufgedruckt oder aufgeprägt, die Jinhau-Kutsche. Und hier hinten nochmal den Namenszug Jinhau und die Modellnummer Y1. Ansonsten finde ich hier sehr interessant noch diesen Clip und das Abschlussstück der Kappe. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Maschinendesign, als könnte man hier oben irgendetwas abdrehen, was man natürlich nicht kann. Und auch dieser Clip hier, der übrigens sehr funktional ist, ein hervorragender Clip, wirkt so ein bisschen wie so ein technischer Zeichenstift. Also der ist nicht so auf die Ästhetik eines Füllfederhalters ausgelegt, aus meiner Sicht, sondern geht mehr so in diese Richtung ästhetischer Zeichenstift. Und das fand ich irgendwie ganz ansprechend. Ja, wie gesagt, ansonsten gut verarbeitet. Ziehen wir die Kappe mal ab. Auch hier keine scharfen Kanten dran. Wirklich sehr gut gemacht. Wir können mal einen Blick hineinwerfen. Da seht ihr drin Innenkappe aus Kunststoff. Auch sehr hochwertig gemacht. Passt alles. Gibt's kein Problem damit. Abschlussstück hier oben an der Kappe. Silberglänzendes Metallstück. Sehr edel. Man vermutet nicht, dass der nur 2,99 Euro kostet, dieser Füllfederhalter. Ja, soviel zur Kappe. Also wirklich, das ist das aus meiner Sicht schönste Teil hier an dem Füllfederhalter, weil, wie gesagt, ich finde dieses Abschlussstück an der Kappe hier oben, das finde ich sehr interessant. Und auch, wie gesagt, diesen Clip, der sich hier so ein bisschen, ja, an Wayne erinnert, vielleicht so ein bisschen an Lamy, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie was Eigenes, finde ich. Also insofern, mir ist kein anderer bekannt. Und auch, dass hier hinten das alles nicht so eingraviert ist am Kappenband, wie man das jetzt heutzutage alles hat, sondern hier so ein bisschen aufgedruckt. Ich weiß nicht, ob sich das dann schneller abruppelt, kann ich nicht sagen. Mag sein, dass man davon abgekommen ist, aber ich finde es sehr schön. Ja, dann schauen wir uns mal hier die Feder an. Da müssen wir natürlich mal ein bisschen weiter reingehen, damit ihr auch was sehen könnt. So, da haben wir wieder Jin Hao, 18 KGP, also 18 K Gold Plated. Haben wir öfter bei Jin Hao, dass man hier nichts sieht von einem Gold Plated. Aber was ihr hier sehen könnt, ist das Griffstück, ist ein Metallgriffstück. Auch da, ich weiß, das geht mir auch so, dass ich vor Metallgriffstücken immer mal Respekt habe. Aus meiner Sicht hier ist es nicht notwendig. Es ist ein schmales Griffstück, aber es ist nicht rutschig. Ihr seht es ja, hat so ein bisschen, naja, so eine Struktur, die es eigentlich ganz griffig macht, wenn ihr das hier so, hier euch so mal anschaut. Okay, schrauben wir mal auf. Dann haben wir hier, das finde ich auch immer sehr gut, Metallgewinde auf Metallgewinde. Das ist immer sehr gut. Und schaut euch mal, wie voll ich diesen Konverter bekommen habe. Der ist fast randvoll. Also den muss man auch positiv vermerken. Der Füllfederhalter lässt sich richtig, richtig gut befüllen. Konverter auch gebrandet mit Jin Hao. Ja, also wirklich eine hohe, hohe Qualität. Er wird so ein bisschen als Schulfüllfederhalter verkauft. Daher vielleicht auch die Nummer 5 Stahlfeder. Ich würde sagen, es ist eine F-Feder. In der Ausprägung ist sie etwas breiter, was mir sehr gut gefällt. Vielleicht ist es auch eine M. Ihr könnt euch nachher mal selber ein Bild davon machen. Aber dieses Schulfüller-Füllfederhalter-Attribut, das ihm so ein bisschen in der Vermarktung zukommt, sollte auf keinen Fall abwertend gemeint sein. Entschuldigung. Weil es ist wirklich ein hochwertig verarbeiteter Ganzmetall-Kugelschreiber. Ja, soviel dazu. Ach, Tinte ist übrigens Lamite 52 Bronze. Und dann schauen wir uns den Schaft noch mal an. Ja, Abschlussendstück ist noch mal in Silbern gehalten. Auch sehr edel gemacht. Diese Kombination Silber-Gold, finde ich, sieht auch sehr gut aus. Wenn ihr euch das mal so anschaut, hat so einen kleinen Effekt. So eine Effekt-Lackierung ist es hier. Sieht sehr gut aus. Schauen wir noch mal in den Schaft hinein. Was sehen wir? Wir sehen, dass es ein Metall- Schaft ist. Und zwar bis zum Ende. Könnt ihr noch mal reingucken. Also alles aus Metall. Könnte Messing sein, würde ich sagen. Okay. Ja, dann setzen wir den wieder zusammen. Schrauben wir auch eine Weile. Und dann kommen wir gleich mal zum Maßen und zum Gewicht. Also ihr seht schon, das ist kein riesiger Füllfederhalter. Aber er macht einen stabilen, wertigen Eindruck. Ihr seht nichts, weil ich habe hier nicht wieder gut klargestellt. Okay. So, also wir haben ohne Kappe, hier so, wenn ich ihn in der Hand halte, 12,5 cm. Spricht für einen vernünftigen Schulfüllfederhalter. Also insofern kann ich diese Vermarktungsstrategie durchaus stützen. Ob die Farbgebung jetzt, also wie gesagt, gibt ja auch so die üblichen Farben, Blau und Rot, aber eben auch dieses Golden oder Champagner. Ob das jetzt so ein typischer Schulfüllfederhalter ist, das muss jeder so beurteilen, selbst beurteilen. Ich finde es aber interessant. Und wie gesagt, ich würde auch von der Größe her sagen, das ist gar kein Problem. Weil nämlich, wenn ihr die Kappe aufsteckt, seht ihr, dass die recht tief hineingeht. Die sitzt auch bombenfest. Der Füllfederhalter wird ein bisschen kopflastig, aber nicht wirklich unangenehm. Und er misst 15 cm. Und wenn er geschlossen ist, misst er 14 cm. Das heißt also, er ist nur 1 cm länger mit aufgesteckter Kappe. Das wird also auch kein Riese, der für Kinderhände dann nicht mehr handelbar ist. Ja, zum Gewicht, da ist er natürlich, weil es ein Metallfüllfederhalter ist, aber dafür ist er natürlich auch nicht so leicht zu brechen oder Gewinde bricht nicht aus, weil es eben auch Metall ist auf Metall. Da wiegt er natürlich auch ein bisschen was, mit Tinte befüllt, wiegt er 29,5 Gramm. Und auch dieses Klacken hier, wenn er das so hört, ich halte es mal für das Mikro. Das klingt wirklich hervorragend. Und ja, insofern muss man einfach mal schauen, wie lange sowas dann auch hält. Aber ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass es ein Füllfederhalter eben aus komplett einer Metallkonstruktion ist, dass er vielleicht den anderen Füllfederhaltern dann doch etwas überlegen ist. Und insofern durchaus eine, ich sage mal, überdenkenswerte Alternative, wobei sie natürlich auch mit einem Kampfpreis um die Ecke kommt. Okay, soviel zum Maßen und zum Gewicht. Und dann kommen wir gleich mal zum Schreibtest. Da müssen wir noch mal ein bisschen hier dran drehen. So. Dann haben wir heute hier vor uns den Jinhao Y1. Das ist die Farbe Champagner. Gold. So wird sie bezeichnet. Hat 2,99 Dollar gekostet. Und Tinte ist Lamy. T52 Bronze. Feder ist eine, ja, F bis M, sage ich mal in der Ausprägung. Stahlfedern. Ihr seht schon, ich halte den ein bisschen höher, weil mir das Griffstück ein bisschen schmal ist. Papier ist wie Maclaire Fontaine. DCP 160 Gramm. Okay, soviel zu den Fakten. Und dann dürft ihr jetzt wie immer zuhören, wie die Feder über das Papier gleitet. Also ich muss sagen, wirklich eine ganz fantastische Feder. Kaum Feedback. Wenn Feedback, dann angenehmes Feedback. Und in der Ausprägung würde ich sie auch eher so ein bisschen in M sehen, was mir sehr gut gefällt. Dann werden wir mal sehen, ob er gleich anschreibt. Also Tintenfluss ist auch hervorragend, muss ich feststellen. Und dann versuchen wir mal schnell das Schreiben und gucken mal, ob er da auch mitkommt. Weil das ist ja für einen Schulfüllfehler halt auch sehr, sehr wichtig. Schauen wir mal, ob er gleich da ist und mitkommt. Sofort da. Ja, kommt jederzeit mit. Und ihr seht so ein bisschen, die Tinte glänzt ja hier noch relativ lang auf diesem dicken Papier. Da kommt auch ordentlich Tinte mit. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Nicht unangenehm. Ja, ich sage mal hier, EF ist dann so die Federstärke. Aber der sieht auch nicht aus, als würde er irgendwann mal aufgeben. Ja, der kommt da recht gut mit. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variationen in die Feder bekommen. Ja, schaut mal. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das kann sich wirklich sehen lassen. Wir reden hier von einem Füllfederhalter, der unter anderem als Schulfüllfederhalter vermarktet wird. Wirklich sehr, sehr gut. Tintenfluss auch ganz hervorragend. Mir fasst ein bisschen viel für einen Schulfüllfederhalter. Weil der kann natürlich auch mal schnell was verschmieren mit Kinderhänden. Und insofern, ja, muss man das nochmal überdenken, denke ich. Entschuldigung. Aber alles in allem, muss ich sagen, eine ganz hervorragende Feder und ein Füllfederhalter mit ganz hervorragenden Schreibeigenschaften. Okay, soviel zum Schreibtest des Jinhao Y1. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Jinhao Y1? Hier zeige ich euch nochmal. Also, da seht ihr schon, das Design ist irgendwie interessant, finde ich. Ich habe es so ein bisschen als Industriedesign bezeichnet. Professioneller Zeichenstift, wo eigentlich die Eigenschaft im Vordergrund steht. Ja, das ist so der Eindruck, den ich habe, weil ich finde ihn ein bisschen ungewöhnlich und finde ihn interessant. Deswegen habe ich ihn mir auch gekauft. Ja, macht ihn zu einem interessanten Schreibgerät. Gute Verarbeitung. Hier gibt es keine scharfen Kanten dran. Alle Teile passen super zusammen. Es ist ein sattes Klicken. Ich zeige es euch hier nochmal, wenn ihr die Kappe aufsteckt. Also, alles wunderbar. Konverter ist mit dabei. Lässt sich super gut befüllen. Das ist natürlich auch für einen Schulfüllfederhalter wichtig, dass man viel Tinte hineinbekommt. Inwiefern jetzt ein Konverter geeignet ist für Schüler, das müssen die Eltern jeweils beurteilen. Das bürgt natürlich Gefahren mit, dass man Tintenfass ausläuft oder was auch immer. Aber, ja, ich finde, es ist eine wirklich gelungene Konstruktion, dieser Y1 von Jin Hao. Tintenfluss ist super. Er liegt super in der Hand. Die Feder ist butterweich. Schreibt ganz fantastisch mit einer Ausprägung. EAM, denke ich mal. Wirklich sehr, sehr schönes Design. Ein, ja, was soll ich noch sagen? Hohe Qualität. Mir fällt mal nicht mehr ein. Ich komme ja aus dem Loben für den Jin Hao Y1 gar nicht mehr raus. Was gefällt mir nicht? Mir gefällt nicht, dass er so schlank ist. Das ist aber mein Problem. Weil ich habe so ein bisschen Probleme dann mit dem Griffstück. Weil ich muss es sehr weit oben anfassen, damit es bei mir bequem in der Hand liegt. Das Griffstück ist sehr schmal. Der Füllfederhalter selber ist natürlich auch sehr schlank. Was ich jetzt da gar nicht schlimm finde, weil er hat ja so ein bisschen sowas wie so ein Zeichenstift, sage ich mal, Charakter im Design. Nein, insofern passt das eigentlich ganz gut. Ja, und üppiger Tintenfluss kann man jetzt auch nochmal drüber nachdenken. Ist ein üppiger oder zu üppiger Tintenfluss? Ist der negativ für den Schulfüllfederhalter? Denn unter anderem wird er ja als solcher vermarktet von Jin Hao. Ja, ich würde es jetzt nicht so schlimm finden. Na klar, kann man was verschmieren. Aber ich will es euch einfach sagen, falls ihr jetzt darüber nachdenkt, dass ihr für euer Kind nach einem solchen Füllfederhalter sucht. Ja, würde ich ihn mir wieder kaufen für 2,99 Euro. Absoluter Kampfpreis, also 2,99 Euro inklusive Versand. Würde ich ihn kaufen. Einziges Problem ist, ich habe ihn jetzt aktuell bei AliExpress nicht gefunden. Wie viel würde ich ausgeben? Also wenn ihr ihn jetzt bei Ebay sucht oder vielleicht auch Secondhand sucht. Also ich denke so bis 5, 6 Dollar macht man damit nichts falsch mit dem Füllfederhalter, weil er wirklich solide verarbeitet ist, hochqualitativ verarbeitet ist, tolle Schreibeigenschaften hat und so ein bisschen mal was anderes vom Design her ist, wo man so ein bisschen auch mit punkten kann, sage ich mal. Insofern würde ich euch eine absolute Kaufempfehlung für den Jin Hao Y1 geben. Ja, wie seht ihr das? Wie immer meine Frage am Ende. Habt ihr den Y1? Wie performt er bei euch? Welche Erfahrungen habt ihr mit ihm gemacht? Teilt es mir in den Kommentaren mit. Würde mich freuen, wenn ihr mein Video liked und meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen. Wenn ihr euch gerade bequem in der Küche Winter geht. Wir schauen auf nachher, woher ist die woman angem ChenςрупfeHD der Привет. Hierлин klein 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 layer